Ataxin Als Ataxin werden Störungen in der Bewegungskoordination bezeichnet, die ihren Ursprung unter anderem im Kleinhirn haben. Bewegungsstörungen können zahlreiche unterschiedliche Ursachen haben und äußern sich hauptsächlich durch zunehmende Gang und Sicherheit. Sie können sich aber auch bei Bewegungen der Arme, Augen oder beim Sprechen bemerkbar machen. Wie entstehen Ataxin? Ataxin werden unter anderem durch einen Funktionsverlust im Kleinhirn und seiner Verbindungen zu anderen Gehirnarealen verursacht. Das Kleinhirn erfüllt wichtige Aufgaben bei der Steuerung der Motorik, es ist zuständig für die Koordination und Feinabstimmung von Bewegungsabläufen. Auch kleinere Bewegungen wie Reden, Augenrollen und Schlucken werden vom Kleinhirn koordiniert. Ursachen Verschiedene Ursachen können zu einem Absterben von Nervenzellen im Kleinhirn führen, erworbene Ataxin Die meisten Fälle von Kleinhirn-bedingten Bewegungsstörungen sind erworben. Im Rahmen von Schlaganfällen oder Hirnblütungen kommt es zu einem plötzlichen Auftreten von Symptomen. Auch bei vielen Stoffwechselerkrankungen treten Ataxien als Begleitsymptom auf. Folgende Ataxien treten im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen auf. Alkoholische Kleinhirn-Degeneration Akt Eine Akt entsteht als folgekronische Alkoholkrankheit und äußert sich durch Gang- und Standard-Ataxie. Paraneoplastische Kleinhirn-Degeneration BCD Bei der PCD handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, die im Zusammenhang mit bösartigen Tumoren auftritt. Ataxien infolge von Störungen des Vitamin-Haushalts, Schildriesenunterfunktion, Multiple Sklerose, Tumorerkrankungen und Vergiftung mit Schwermetälen wie Blei oder Thallium Erbliche Ataxien Die Anzeichen erblicher Ataxien entwickeln sich langsam über viele Jahre. Erbliche Formen der Ataxie werden über zwei verschiedene Erbgänge weitergegeben. Beim rezessiven Erbgang müssen beide Elternteile das gleiche veränderte Gen haben und es an das Kind weitergeben, damit die Krankheit auftritt. Hat das Kind nur ein verändertes Gen, erkrankt es selbst nicht, kann dieses aber weitergeben. Die Friedreich-Ataxie, Fda, ist der häufigste Grund für erbliche Ataxien. Sie verläuft langsam fortschreitend und beginnt üblicherweise mit einer Gangunsicherheit, zudem können Sprechstörungen und Störungen der Feinmotorik auftreten. Häufig findet sich zusätzlich eine Skoliose, eine Hohlfussbildung oder eine Beteiligung des Herzmuskels. Bei einem dominanten Erbgang genügt es, wenn nur ein Elternteil das veränderte Gen trägt. Es reicht für den Ausbruch der Krankheit aus, wenn nur ein verändertes Gen vorhanden ist. Die Spinozerebelläre Ataxie, Schka, gehört zur Gruppe der Adka, Autosomal-Dominant-Cerebelläre Ataxien, hat viele Unterformen und ist eine langsam fortschreitende Erkrankung, die sich häufig erst im mittleren Erwachsenenalter manifestiert. Eine Skatritt entweder nur mit einer Ataxie oder in Kombination mit anderen neurologischen Symptomen, wie Parkinson-Symptomatik, Spastik oder Schluckstörungen, auf degenerative Ataxien Ataxien, die im Rahmen von degenerativen Hirnerkrankungen auftreten, ohne dass erbliche oder erworbene Ursachen vorhanden sind. Zu dieser Gruppe von Ataxien zählt die Multisystematrophie vom cerebellären Typ, MSAC. Diagnose, zur Unterscheidung der verschiedenen Kleinhirnerkrankungen, Tumor, Abszess, Hirninfarkt, Hirnblütung, Multiple Sklerose und anderer Ataxieformen, wird zunächst mit einer ausführlichen Anamnese und einer klinischen Untersuchung begonnen. Als erste weitere Untersuchung erfolgt ein MRT des Gehirns, wodurch in manchen Fällen bereits eine Diagnose möglich ist. Im Falle einer vererbten Ataxie liefert eine exakte und umfassende Familienanamnese erste Anhaltspunkte. Bei vielen Formen der Ataxie ist eine endgültige Diagnose nur durch Anwendung mehrerer biochemischer und molekulagnetischer Tests möglich. Therapie Die meisten Ataxien sind derzeit medikamentös weder symptomatisch noch ursächlich behandelbar, nur für einige wenige Formen sind Therapien verfügbar. Resultieren die Bewegungsstörungen aus einer behandelbaren Grundkrankheit. So kann eine entsprechende Therapie auch die Ataxien mildern. Bei Ataxien allgemein umfasst die Basistherapie eine regelmäßige Physiotherapie und Schrägstrich oder Ergose wie Logotherapie.